Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und willkommen zu einer neuen Folge Adapt Challenge. Mit Bill. Wie mit Elodie im letzten Video, müssen wir mit Bill jetzt hier langsam mal fertig werden. Im dritten Versuch wäre es schon schön zu schaffen, oder? So. Maurice. Immer leise. Danke. Ähm. Genau, wie ist es für eine Adapt Challenge gehört? Erkläre ich euch kurz, wenn Maurice mich nicht immer unterbrechen würde, würde ich euch gern die drei Talente von ihm erklären. Von Bill, nicht von Maurice. Also. Wir haben. Unbeugsam. Wenn ich am Boden liege, kann ich nicht... Lief da gerade was? Das ist ein Hack. ein Mischer, oder? Wenn ich am Boden liege, kann ich mich etwas schneller erholen? Das ist die Blöde, die da rennt. Wurde sie von dem Mischer verfolgt? Ich kenne das nicht. Also, Entschuldigung. Unbeugsam. Oha, wenn das aber wirklich ein Mischer ist und er hat sich noch nicht hochgestalkt, dann ist das einer, wenn er einmal auf drei ist, dann bleibt er auf drei. Nee, das ist ein Todesbote. Todesbote. Ah. Unbeugsam. Wenn ich am Boden liege, erhole ich mich schneller und kann auch einmal alleine aufstehen. Dann haben wir geliehene Zeit. Wenn ich jemanden vom Haken hole, bekommt er, ich glaube, wenn ich es auf Stufe 3 habe, für zwölf Sekunden, so einen kleinen Schutz. Also, er kann dann nochmal geschlagen werden und fällt halt nicht um. Das ist halt dieser geliehene Zeitschutz. Und das letzte Talent heißt zurückgelassen. Wenn ich der letzte Überlebende bin, kann ich die Aura der Luke in einem gewissen Radius sehen. bei mir schießt er oder was? Ist ja logisch. Aber ist egal, wir haben drei Generatoren an. Upsi. Solange ich nicht weggetunnelt werde, ist mir das egal. Ah, er hat K.O. dabei. Interessant. Dann ist die Glödie aber richtig gut weggelaufen. Weil mich hat er echt schnell bekommen. Wir hören gerade nichts, weil K.O. Jetzt. Aber ein Maid ist direkt da. Wie sich das gehört. Und wieder auf mich. Hängen geblieben. Oh, oh, oh. Bin ich ihm in den Schlag gelaufen. Was ist los? Was ist los, Glödie? Was ist los? Lass mich. Ich kann nicht nach hinten gucken. Hilfe. 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 Oh mein Gott. Hilfe. 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 Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde weggetunnelt, wenn er mich bekommt. Rettet mich bitte. Help me. Rescue me. Rescue me. Rescue me. Like I have a good time. Hilfe. Er jagt mich immer noch. Ich trau mich nicht mehr nach hinten zu gucken. Nein. Ich möchte nicht weggetunnelt werden. Aber er hatte noch nöt? Oder was war das? Da sitzt noch einer an einem Totem. Ich wusste es. Ich bin weggecampt. Ich wusste es. Ich wusste es. Wow. Du hast nicht mal geliehene Zeit. Bist du blöd? Oh mein Gott. Bitte fang Tank ein. Hier ist ein Totem. Hey Leute. Ihr müsst hier aufmachen. Oh mein Gott. Lass mich raus. Nicht, dass er mich rauszieht. Errungenschaft freigeschlein. Oh Gott. Oh mein Gott. Das war ein bisschen aufregend. Puh. Aber wir sind rausgekommen. Hat man auch gar nicht gemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen Angst hatte. Oh. Das ist ein bisschen panisch. Wahr. Man hat die überhaupt nicht gehört. Quatsch. Ich weiß nicht, wie oft ich, oh mein Gott, in dieser Runde gesagt habe. Wenn das jemand von euch zählen möchte, gerne. Tut euch keinen Zwang an. Ich war so panisch, dass ich angefangen habe zu singen. Auf YouTube. Aber gut. Wir sind raus. Das ist mir jetzt alles egal. Wir sind raus. Wir haben die Adapt Challenge mit Bill geschafft. Diese Woche ist es wieder geflutscht. Jetzt haben wir nur noch zwei Adapt Challenges offen. Und zwar mit Nea und Cheryl. Und das gucken wir uns nächste Woche Dienstag und Donnerstag an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.